Es gibt so viele Sachen, die in meinem Kopf herumschwirren. Soll ich auf meinen Vater hören oder meinen Traum verfolgen? Gesang ist das, was mich ausmacht. Wie kann ich mich gegen Ludmila durchsetzen? Du hast nicht die geringste Ahnung, wen du vor dir hast. Nein, nein, wen denn? Und wer ist der Richtige für mich? Thomas oder Leon? Ganz schön kompliziert, was? Violetta im Disney Channel